Hallo. Da sind wir schon wieder. Also, ja. Ich weiß es gar nicht. Das ist jetzt auf jeden Fall etwa 10, 15 Sekunden her, dass wir die letzte Aufnahme beendet haben. Nein, 25. Da, ja. Los. Los. Ach, das ist doch nicht. Bitte? Das ist schlecht, ey. Wieso? 10, 15 Sekunden, das klingt gut. 25, es ist so, so, so. So, Mittelfeld. Das ist nicht gut. Ja, aber 25 legt nahe, dass wir uns überlegt haben, ob wir das qualitativ noch hinbekommen. Naja, wer uns 10, 15 ist, machen wir noch. Jo. Genau so war das aber. Ja, aber man glaubt sich gern besser das schnellstmagnächst. Machen viele so. Und es klappt meistens. Wenn nicht irgendjemand jemanden dazwischen funkt. Wer ist da? Und schon wieder Deutschland, ey. Immer wenn ich mit dir fliege, fliege nur deutsche Maps. Schlaaant. Ja, nun. Schlaaant. Das. Wenn schon, dann richtig. Hochwertig. Qualitativ. Ist ja nicht deutschland, das ist Westeuropa. Und reinstrich liegt Esten im Resteuropa. Ja, das ist halt. War gar nicht so gewollt. Aber. Man hätte auch hinterher wohl Habweg gehen können, aber. Ist auch hier. Kein aber was zu lang. Ah. Ich hasse die Wolken auf dieser Höhe. Da kannst du nicht reinziehen, weil du dann zu hoch bist. Und wenn du nicht reinziehst, bist du auf derselben Höhe wie alle anderen. Immer bleibst du halt knapp runter, ne? Ja, das meinte ich ja. Da ist ja die, das ist ja die Höhe wie alle anderen sind. Sehe ich halt da rein. Siehst du, aber die Gegner haben die mir geschaut. Ich sehe genug. Ich sehe drei Kilometer durch die Wolken. Ich sehe nur ganz viele Gegner, die exakt auf derselben Entfernung von mir sind. Ja. Okay. Wir sollten nach rechts abdrehen. Oder dies mit Feuer nehmen. Ah, die kommen unten raus. Nicht sehr laut. Nein, die sind hoch. Okay. Ich ziehe runter. Ah. Hoffentlich ziehe ich einige Gegner mit runter. Weil sie schon viel cooler kämpft. Oh. Du ziehst mit mich ab. Ich ziehe Gegner mit runter. Ja. Oh fuck. Alter, ich ziehe sogar ganz viel hinter mir her. Ich meine, das coole ist, dass sie jetzt noch nichts tun. Aber das ist natürlich schlecht für mich irgendwie. Ich komme von oben rein. Aber das ist krass. Damit werden wir nie rechnen. Okay. Vielleicht doch. Das ist eine Vollgore, mein Gott. Echt? Die fliegt noch irgendwer? Ja, ich bin die Vollgore. Die fliegt oben. Ja, ich weiß. Aber das ist nicht je nach der Fliege. Nein, klar. Ich bin die Fliege. Ich bin der Fliege. Der Fliege. Ich bin der Fliege. Ich bin der Fliege. weiter, auf mich losballert, ey. Nee, ey. Danke. Tschüss. Das sind halt nichts daran, dass quasi mein Querruder im Arsch ist. Ich halt kaum noch steuern kann, aber ich lasse mich wirklich bei mir was anderes abschließen. Übernehmen wir die Winkel nicht. Ja, ich hab auch so eine Seite, aber es hat nur los, die in den Hintern legen. Ja, das ist ziemlich schlecht. Ja, da war eine Focke. Ich hasse zwar, wenn ich von denen abgekehlt werde, aber es ist mir lieber, als der blöden Focke, um die zu Kiel zu lassen. Sieh doch. Die Wirk. Die Wirk. Ich bin besser als du. Aha. Ja, sorry. Ich wurde die ganze Zeit verfolgt. Ich konnte mich gerade nicht so vernünftig am Kampf beseiligen, weil ich diesen Kampf leider nicht miterlebt habe. Ich bin besser. Na, pack ich das. Schade. Um halb Mädel verrechnet. Ah, du kriegst die Laffel nur noch ein paar Punkte. Muss ja recht sein. Wolltet ihr eh recht sein, die Laffel? Oder Flieger? Mhm. Ach, Panzerjagd. Wie man vielleicht sieht. Ich habe soeben mein Defizit aufgeholt mit der Laffel. Ja. Und ich hab noch fünf Schuss am MK-Munition. Und es ist schon... Passt perfekt. Habe ich keine mehr. Ich kann nicht sagen, dass ich die von den Nachladen ziehe da mal raus. Und natürlich habe ich jetzt einen hinter mir. Ja. Ja. 2D. Bomben muss ich nochmal üben. Ja. 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 Der ist nämlich reingecraft, das habe ich überlebt. Also war es kein Craft. Geht nicht. Nett. Ohne Motor schieße ich jetzt auch noch viel mehr rein. Während ich verfolgen werde, glaube ich. Ich bin sicher sogar. Da fällt Öl. Gut, gut. Du brennst. Das ist viel Schmatter, aber wenn ich das sage. Bah. Pass auf, der Crash gleich. Ja, ich hasse keinen Motor, wie ich dir gesagt habe. Ich wollte noch neu aussteigen. Ich glaube, es ist ein F. Ich glaube, es ist ein F. Ich habe noch mal von zwei Minuten gehabt, wie ich das sage. Klar. Haste aber Laffen, bis halt, dass du nur ein Max Evenker hast. Wenn es einmal leer ist, hast du ein Problem. Ja, eben. Leer. Aber es hat schon gut Chris gekriegt, also wenn Du bist vor mir nachgeladen, aber du bist einiges besser als das letzte Damit du die Zeit jetzt fertig gewesen hast Ah ja 112 Ja Nee 112 ist down Die nächsten 112 Die ist irgendwie auch down Bei 109 Nö Aber ich konnte ja nicht mehr ausweichen Die bin ja reingestößt So, La-5 La-5-F habe ich jetzt gehabt Jetzt kommt die La-5-F Ehe Ich habe selten das mit der Liege Warum? Keine Ahnung Weil die irgendwie das dritte das erste Mal in der Liste ist Krass Darf ich jetzt von der Reichsruhe oder wie? Na, bei den Russen eigentlich fast ja Okay So, die L2 ist das Die L2 ist das Ja, von der Reichsruhe ist das halt so nicht die ganzen Spiele Die Alex M3 hat auf dich abgezogen Aber die ist durch Die verfolgt dich nicht Ich merke es Das glaube ich abgedreht So Und noch mal von vorne Die A6N Auf mich? Auf mich, ja Such auf mich War aber nicht mein Kill Keine Sorge Was wird denn hier denn weiter? Ich habe genug Punkte Nee, 150 Tod Aber hey, war nett Ja War schön, die mal zu sehen Immer so erfrischend Die sterben so weg, die Gegner Was ist los? Wird gut Nein, doch nicht Ui, die hat es zerrissen Aber richtig Ja, der Treibstofftank explodiert Schön Splitte am Horizont Ziehst du hin? Ziehst du nach oben? Ja, deswegen Ja, wenn du hoch kommst Ja, da komme ich gerade so hoch Die Doro dort droben Wow Ah Jetzt zieht aber einer auf mich Oder? Die sitzen mir jetzt alle in meiner Nähe Also ich habe gerade einen Abriss wieder Deswegen ziehe ich ja gerade wieder runter Ach nee, die waren alle nur über mir Okay Die waren alle nicht bei mir Bist du? Das ist eine Falco Ich komme mal runter Und du? Ja Nö, nö, ich wollte eigentlich auf die Falco gehen, die ich verfolge Aber jetzt verfolgt die wieder mich, oder? Äh Äh Nö Die verfolgt die noch nicht Ja, ich kam aber Hab ich so weit gerät Ich hab hier sogar noch verloren Was ist das machen bei mir? Naja, ich träge gerade das Ohr Kampfklappen Und Jetzt bin ich hinter dir Gut Und jetzt habe ich keiner mehr Ich bin nicht mehr Gleiches, was das aus Aber böse Alter, kommt ganz viele Gegner Okay, das war es Das war es So weit Bin ich nicht rein zufällig Ich habe natürlich Ich bin fünf Sekunden überlebe Und die Flachlisten mache Eins, null Komm schon Hey, Bomben nachgeladen Schön Ja, tot Abtreib Ich habe wirklich auch Jak 9k Jetzt geht's los Mhm Bamm, bamm, bamm Mhmm Ich 35 Hast du überlebt, oder? Nö Ah, schade Aber die Ist da Lack 35 Das war auch keine Freiburg, das war eine Merkelin Ja Trotzdem doppeldecker Trotzdem italienisch Ja, ist ja Merkelins Freiburg Ich habe gesagt, Merkelin ist ein Freiburg, oder? Schade Ja, doch Look at that flight map Wir haben so richtig schön die Überhand Hm Was geht's los? Bamm, bamm, bamm Rausfrocken Ja, ich bin Ah, ich bin Was geht's los? Das war Ich bin Ich bin Berat Ich bin 4N50 mit der... mit der... Okay. Ja, komm, wenn ich da mit ner 37mm reinballe. Ja. Hat gehofft, einen Ausschuss machen zu können? Nein, aber du warst so nah vor mir auf einmal. Hab mich leicht überrascht. Hey, wir sind übergegeben Space. Ja. Wie wär's, wenn wir einfach Platz killen? Wie wär's denn? Stabomben. Ich hab keine Bock mehr dabei. Hab ich. Jetzt nicht mehr. Eine. Flak-Abschusshilfe, ey. Ja. Da meine M. Da meine Knie. Mg-Munitionale ist. Ach, nicht. Ich kann auf Fliegenspiel, flüg mich nicht an. Ich sterbe eh gleich, weil ich unter Flak-Beschuss bin von allen Seiten, aber hey. Ah. Das ist doch die MIG-15. Ja, ich werde sterben. Egal. Eben. Es sind ja schon noch andere Leute vor dir gestorben. Vorwiegend rot. Ja. Irgendwo fliegt ja auch noch ein Feind lang, aber pfff. Ach da. Juh. B1, okay. Leichte Bogenkampf. Wann hat man hier abschließen? Ne, ne? Ja. Mit 20 Millimetern Glück, aber sonst nimm ich hier. Ne. Ne, jetzt löf. Warte. Loll. Nett. Ja, ich bin über Baumwürfel geflogen. Ne, Juh. Ne, Juh in Baumwürfel, im Kurvenkampf, da hat man gute Chancen. Hm. Ne, aber wenn ich in Falle. Ne, aber wenn ich in Falle. Ne, aber wenn ich in Falle. Ne, aber wenn ich gerade zwischen zwei Flaks hänge, wenn ich gerade sehe. Akkuatballer. Mach diese Flaks jetzt noch alle, das ist jetzt. Juhu. Wow, die schießen gerade echt genau. Ja, mir habe ich jetzt Fahrgeld langer und so weiter. Jetzt kann man gerne du machen, ja. Hab ich schon. Abschlusshilfe. Ja. Dann zweite. Gut, hätte ich jetzt noch meine Bomben, wenn ich das Feld hier drüber machen. Dann habe ich aber nicht. Jetzt können wir den Rauch anmachen. Flieg zurück. Äh, Rauch? Was war das J? Dann lass mich dich L. L. Äh. Also ja, ich hab's dann als auch. Langweilig. Bisschen schnell. Tja, 535 Sachen. Boah, ich hab 380, ey. Ich bin voll auf 380. Ich glaube, es ist eine P39, die zieht auf mich los. So, so schnell, okay. Oh ja. Sind's weit auseinander. Würde ich. Oder? Sieht doch gar nicht auf mich mehr los. Hm. Na, ich komm auch nicht ran. Schade. Versuch was wert. Ja. Doch, gibt noch. Die kommt jetzt wieder runter. Die zieht doch auf dich. Ja. Stopp. Berät sie, macht's. Danke. Bitte. Die Schüsse waren nämlich gar nicht so schlecht gesetzt von dem. Äh. Das ist schon längst passiert. Achso, thank you. Ich hab, ich hab try gelesen. Thank you for clearing airport. Hast du gar Zeit für einen Dreh zu schreiben? Okay. Danke, ja. Das ist das Beste. Hehe. Keine Schüsse. Das ist schon knapp. Nö, nö. Das muss knapp aussetzen gehen. Oh. Ich hab mal eine 37mm. Die ist eigentlich für Bodenziele ausgerüstet, aber... ... ... ... ... ... ... ... ... ... Wo ist die da hoch, oder meinst du? Äh, wo ist die Wind? Ich seh die nicht. Nee, direkt oben hier. Also, fünf Kilometer entfernt. Also, ich hab keinen Bock darauf zu ziehen, sagen wir so rum. Ist aber der letzte Flieger. Ja und? Ja. Was willst du sonst machen? Wollt du die Gegend zuckern? Zeig's dir irgendwie. Den Key 45, die vielleicht auch noch ein Flieger ist? Ich seh keine Key. Ah doch, da unten. Ah, die hättest grad reingehört. Okay. Eben. Hat er grad Bomben auf das... Hat er. Nee, auf die Panzer. Da sind Panzer, okay. Da sind Panzer von uns. Das wusste ich nicht. Gut vergessen. Zurück zu Key. Mit Full Speed. Habe ich... Nicht draußen. Jetzt. Ich komm da. Unlock your flight gear. Kritt. Ich kann's auch spüren Ansage, danke. Ich bin fast Michael, äh... Ich bin fast Michael, äh... Ja. Krieger-Serie mal recht sehen. Ist das mein Ernst? Hat schon was. Fuck, ey. Ich hab' mal nachgeschaut. Holy... Mhm. Die beste Staffel. Warum nur? Ja. Der Schuss hat jetzt den leichten Mucker zerstört, natürlich. Eine Sekunde nachdem es nicht mehr gezählt wurde. Ah. Ja, egal. Ja. Jo, bringt gut Geld. Lange her, dass ich so einen schönen Kampf hatte, ja. Äh? Was hast du nur für schöne Statistiken? Jo, war jetzt auch nicht so schlecht. Äh, War Thunder... Ein Screenshot, was ist das? Äh, weiß ich nicht. F12. In der Regel, ja. Ja. Ah, Karkarkowski blinkt, deswegen. Genau so wie Clan-Seite packen. Oh, 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 oh. Muss ja nicht erklären, Clan hier, ne? Alexander-Neski-Orden, ja. Okay. Viel Zeit. 30 Millionen... 30 Millionen. 30 Missionen gewonnen. Mhm. Bedingungen, du musst der Punktwissen in deinem Team sein. Und eben, müssen Russen spielen. Boah, ist das schön. So viele Vorschlägepunkte. Wie viele? Ähm, 806. 5560. Ja, Moment, allgemein oder fürs Flugzeug? Denn ich habe jetzt meine für die LAX 366. Die anderen habe ich nicht nachgesehen. Ich weiß nicht. Okay. Ich habe 700 für die gekriegt, ich habe 1033 für die LA-5FN gekriegt. Ich habe 1338 für die Jagd 9K gekriegt. Und für die LA-5 und LA-5F auch nochmal. Im Zusammens 2500, aber die habe ich schon komplett erforscht. Ja. 3049 habe ich. Insgesamt. Ja, 5060. Schon geil. Die beste Staffel, verstehe ich gar nicht. Hält der Lüfte, entscheidender Schlag. Abschussserie mal 14. Profi. Zusammenarbeit mal 3. Mehrfachschlag mal 2. Hinterhaltsserie. Jägerretter. Bomberjäger. Abschusshilfenserie. Unterstützungsfeuer. Abfangjäger. Rächer. Bodentruppenretter. Hält der Lüfte. Ja, ja. Alles Mögliche und Unmögliche. Und Geld insgesamt 64.000 noch was. Vor Abrechnung. Oh, das ist schön. Nach Abrechnung. Ich habe auch bald meine halbe Million wieder zusammen. Ich habe meine anderthalb Million. Ruh. 61.800 für Nummer 20. Ist doch schon geil. Ja. Einen schönen Abfluss. Wir befriedigen uns. Ciao. Dankweilig.